Moin liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen Session. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen am europäischen Nordmeer, wo ich mal wieder eine Session mit euch gestalten möchte. Und so viele Leute sind da draußen unterwegs und feiern ihre Beifängerreichen Montagen, ihre Tannenbäume voller Köder, die dann ins Wasser runtergelassen werden und großartige Fische ziehen. Aber eine Sache sollten wir dabei niemals vergessen, unsere Ursprünge. Als das Nordmeer rauskam, da haben wir allesamt mit einem Pilker begonnen. Oder Jig oder Filet, auf jeden Fall ohne Beifänger. Und dieses heutige Video soll sich dem Ganzen wieder einmal widmen. Es wird ein Beifängerfrei-Video. Es wird sogar ein Classics-Video, denn es handelt sich um einen Köder, den wir heute testen, der im europäischen Nordmeer sowohl bekannt als auch erfolgreich ist. Den Lurker 100-07. Ein wirklich toller Köder, ein wirklich immer wieder empfehlenswerter Köder, der ja gleichermaßen seltene und schöne Fische fängt, aber eben auch das, was allgemein dort unten unterwegs ist. Ein Pilker generell hat diese besondere Eigenschaft, dass er meistens im Verhältnis zu Beifängern dann auch mal so spezielle Köder oder spezielle Fische, besser gesagt, zieht. Köder deswegen, weil wir zum Beispiel ja auch Krabben und Muscheln dran kriegen, aber eben auch die wirklich schönen brachialen Fische, die dann eben sagen, ich interessiere mich jetzt nicht so unbedingt für die Garnele oder den Oktopusköder, obwohl das durchaus realistisch wäre. Ich möchte jetzt genau diesen Pilker haben. Und aus dem Grunde haben wir uns jetzt dieses Mal dazu entschieden, ein bisschen zu pilkern. Und ja, das Setup sieht eigentlich relativ simpel aus. Es ist gar nicht mal so üppig gestaltet. Wir sehen folgendes. Wir haben hier eine Polar Hunter mit Albacore. Das ist schon relativ üppig, das gebe ich zu. Da kann man deutlich niedriger ansetzen, aber ich habe es jetzt da. Ich nehme sie natürlich auch gerne mal, auch wenn, wie gesagt, da Potenzial noch nach unten locker drin ist. 36 Kilo hier bei Schnur und Lieder und da ist er, dieser wunderbare Köder, der Simon Lurker 1007 in bester Qualität hier mit seinem 4.0er OFS-Travel drauf. Ganz original, so wie wir ihn hier vorfinden. Und das war's. Mit ein bisschen Köhlerfiletstreifen werden wir hier die Fische anfüttern. Das gute Stück Fischfleisch soll uns helfen, die schönsten Fische heranzukriegen. Und ja, ich verzichte auf Zusatzhaken, irgendwelche Lok-Elemente. Das wird heute einfach der ganz rustikale Charme unseres Köders sein, der die Fische überzeugen darf. Und das Ganze findet heute auf 34 Metern statt. Ein flacher Bereich, der sich sehr dafür anbietet, zeitnah hochzukurbeln, schöne Fische zu kriegen, trotz allem. Und da wird es heute hingehen. Dann würde ich sagen, lasst uns diesen wunderbaren Köder mal im vollen Einsatz wieder testen und wir schauen uns die Resultate am Ende an. Viel Spaß! Mittendruf statt nur dabei und wir gucken mal, wie das jetzt aussieht. Meine Polar Hunter habe ich am Start. Wir machen jetzt mal einen ganz gemütlichen und lassen das einfach mal runter. Tja, ein echter Klassiker, ne? Ohne alles, außer mit ein bisschen Filet. Schauen wir uns das mal an, was da so passiert. 36 Kilo Schnur. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Die Schnur bestimmt auch. Das ging schnell. Erster Lörke-Einstieg ist da. Beifinger frei. Ganz ohne Probleme. Gibt es eine Aal-Mutter mit 334 Gramm. Okay. Als Auftakt ist das nicht verkehrt. Oh. Oh. Das ging jetzt aber ein bisschen ruppig. Interessanter Gegendruck. Was haben wir denn da dran? Ich glaube, der Fisch ist gerade wach geworden. Der wollte wieder auf den Boden zurück. Da ist was. Sieht sehr kabeljaulig aus. Guten Tag. So klein bist du aber gar nicht, ne? 23 Kilo. Na moin. Das ist aber eine gute Größe für so ein Kabeljau. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Geht auch relativ zackig rein. So. Als nächstes gibt es... Was bist du denn? Ein Seehecht. Ja. Mit 1,5 Kilo. Das ist schön. Schön bunt alles. Obzere hat den Haken dran. Das ist das Wichtigste. Also Seehechte sind relativ verlässliche. Relativ verlässliche Silberfische. Ein weiterer Fisch gesellt sich zu uns. Ein weiterer differenzierter Fisch gesellt sich zu uns. Sieben Minuten, vier Fische. Und allesamt, würde ich mal behaupten, sehen gut aus. Manchmal ganz schön, einfach den Lurker mal wieder ins Wasser zu halten. Das zeigt einem mal wieder, dass man doch eigentlich ganz gut dabei ist. Einmal Köhler. Okay. Wie spät haben wir es? 1 Uhr, 2 Uhr. Okay. So langsam geht er irgendwo da. Ja, da hinten. Da hinten geht langsam wieder die Sonne auf. Okay. Eigentlich im Osten, ne? Aber es sieht immer so auf Norden schon so aus. Also der Übergang hier auf jeden Fall. Da tut sich was. So, noch 10 Meter. Was haben wir denn dieses Mal? Dieses Mal gibt es einen Plattfisch. Eine Klische mit 1,2. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wunderbar. So, was haben wir denn hier? Oh! Seehase, ein Kilo. Nehme ich. Nehme ich, nehme ich, nehme ich, nehme ich. Sehr gut. Sehr gerne. Schöne Farben. Ach, ein Kilo sieht toll aus. Da kommt wieder was Plattes hoch. Dieses Mal eine Scholle. 1,7 Kilo. Jawohl. Was für ein schöner Kescher bisher. Beifänger frei auf die erste halbe Stunde. Bisher 10 Fische. Das sieht nicht verkehrt aus. Das sieht sogar richtig gut aus. Oi. Oi. Jetzt noch eine Muschel als Highlight. Das wär's. Kaum Gegendruck ist gut. Mach mir den Spot noch schöner. Komm. Ja. Eine Kammuschel. Ist zwar nicht maßig, kann man aber verarbeiten. Es wird immer hübscher hier auf 34 Metern. Wunderbar. Das lohnt sich doch. Ach. So. Ich glaub da kommt wieder was Plattes hoch. Ach ist das schön. Wieder eine Klische mit 800 Gramm. Das ist aber echt klasse. Mensch. Wenn das so weiter geht, dann ist die Trophäe wahrscheinlich auch nicht mehr weit weg. Halbzeit 13 Fische. Es sieht wirklich, wirklich gut aus in dem Kescher. Muss ich sagen. Also für Beifänger freies Angeln ist das ein sehr gutes Ergebnis. Das ist erstmal bisher. Das ist zumindest meine persönliche Einschätzung. So. Nochmal ein Köhler. Was will ich denn mit den ganzen Köhlern hier? Sag mal. Das ist jetzt Fisch Nummer 17. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt gewartet haben, um den zu kriegen. Aber ich glaub ein Weilchen war's. Oh. Schöner Steinköhler hier mit 5,8 Kilo. Der hat sich gelohnt. Das war jetzt hier aber auch gar nicht so lang dazwischen. Tatsächlich. Das kam mir länger vor. 14 Minute. Was? Really? Oha. Oh. Der ist auch schön. Seehecht mit 3 Kilo. Das sind aber auch echt tolle Fische mit dabei. Das muss ich ja mal sagen. Das wird immer schöner hier. 3 Minuten. Jetzt der letzte Fisch. Sag mal. Kriege ich hier noch wohl was? Viertelstunde haben wir noch. Wir haben 18 Fische im Kescher. An sich ein gutes Ergebnis, was wir bisher so haben. Aber wenn das jetzt hier alles stagniert auf eine lange Viertelstunde, dann weiß ich nicht, ob ich da noch Bock drauf hab. Das Bot soll schon ein bisschen performen, wenn es geht. Das mutet wieder so ein bisschen nach Muschel an. Könnte das sein. Wir gucken mal. Oder eine Aalmutter. Oder eine Aalmutter. Oder ein Seeskorpion. Boah. Boah. Ja, ist gut. Ist gut. Die 100 Gramm. Die 100 Gramm. Fühlt sich an wie eine Muschel. Wir kriegen wieder Seehecht mit 2,3. Also was besseres können sie mir gerade echt nicht tun. Weil ein Seehecht zahlt einfach extrem gut. Das heißt, das füllt hier gerade unsere Kescherkasse auf über die Stunde. Das ist super. Und nächster Seeskorpion. Schade. Okay, jetzt wird hier Seeskorpion richtig aktiv, wie es scheint. Solange sich das abwechselt mit dem Seehecht, habe ich nichts dagegen. Da kommt der nächste Seeskorpion. Hey, wo ist die gute Frequenz hin? Was passiert hier? Vermüllung der 34. Da gibt es aber nochmal einen schönen stattlichen Einstieg. Dürfte wahrscheinlich dann Richtung Kabeljau gehen, nehme ich an. Oh. Schön kraftvoll, das Teil. Da bin ich ziemlich sicher bei Kabeljau. Weil ich lasse mich auch gerne noch überraschen von Alternativen. Schönes Ding. Das wird wohl ein Kabeljau sein, nehme ich an. Klasse. Ja, da kommt er. Wie auf Stichwort. Komm, mach, mach, sei doch nicht so schüchtern. Na los. Die Hälfte von dem vorangegangenen Ersten. Ja, so ziemlich. So ziemlich, ziemlich. Ist doch die Zeit. 59 Minuten. Kriege ich jetzt wohl noch meinen letzten Fisch bitte an die Angel? Das wäre ganz wunderbar. Danke. Das ist ja... Also wirklich. So, da ist mein letzter Fisch. Und er macht schon wieder so ein Terz. Haben wir denn da schon wieder ein Kabeljau? Okay, er ist ausgeschlitzt. Alles klar, mein letzter Fisch wollte nicht. Dann ist das so. Dann akzeptieren wir das und gehen einmal zurück in den Hafen. So, es gab natürlich keinen Abschlussfisch. Zumindest nicht, als ich ihn nochmal haben wollte. Dann geht es jetzt aber in den Verkauf rein. Guck mal, da vorne hängt so ein schöner kleiner Grönlandhai. Das ist richtig schön vom Wetter gerade. So halb vernebelt, aber auch irgendwie halb euphorisch mit Sonne. Zumindest auf dem Boot da hinten. Was haben wir hier? Von Dray Moment. Auch ein geiler Name. 121 Kilo Grönlandhai. Sehr schön, sehr schön. Und das Kaffee. Das Kaffee hat natürlich genau das, was wir hier haben. Nämlich Seehecht. Das ist super. Da können wir nämlich dann unseren Kleinsten hier abgeben. Der ist auch nur 46 Gramm drüber. Das passt wunderbar und gibt 63 Silber. So gut zahlen die sonst nämlich auf die Größe nicht. So, den haben wir nicht. Den Rest haben wir auch, denke ich, nicht. Hier Schellfisch hatten wir, glaube ich, nicht einen sogar, wenn ich mich nicht täusche. Was mich ehrlich gesagt überrascht hat. Aber, na gut. Dafür gab es dann mehr Seehechte, ne? So. Rein in den Fischmarkt. Wir gucken die Preise einmal durch. Wir haben schöne Kabeljau hier gezogen. Mit 58 Silber für 23 Kilo. Da drunter die Hälfte für 29. Ist auch tatsächlich preislich etwa die Hälfte. Das ist schon interessant. Gut. Haben wir jetzt zur Kenntnis genommen. Steinköhler 38 Silber für die 58. Äh, ja. Genau. 58 Kilo haben wir gezogen. Macht das mal nach. 5,8 Kilo für 38. Sehr gut. Klischen zahlen hier gut. Seehechte sowieso. Deswegen habe ich mich so gefreut, als wir den dran hatten. Seehase 25 Silber. Hier die Scholle noch mit 29. Was macht eine Stunde Beifänger frei also auf 34 Metern? Sie gönnt uns 413 Silber. Ich finde, das ist ein gutes Ergebnis. Der Kescher sieht bunt aus. Wir haben eine Muschel noch zum Verarbeiten. Die werde ich auf jeden Fall nicht verkaufen. Und ansonsten, ja. Lädt doch ein, das Ganze mal auszuprobieren, würde ich sagen. Also, halten wir fest. Lurker 107 läuft mal wieder wunderbar. Zeigt mal wieder, dass er hier am Nordmeer seine Berechtigung hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.